Mein Name ist Fabian Hain und ich habe ein Problem. Ich habe einen Bart. Ich kenne für diesen Problem ja Gerüchten zufolge schon seit meiner Geburt. Meine Mutter erzählt auf Familienfeierlichkeiten immer wieder diese Geschichte, dass bei der Geburt mein Bart sie so derbs gekitzelt hat im Schritt und die Blicke der Kinder im Kindergarten, das habe ich immer noch nicht verkraftet. Aufgrund seines Bartes wurde Fabian sein Leben lang für viel zu alt gehalten. Da die meisten ihn für einen Rentner hielten, war es besonders schwierig für ihn, einen Job zu finden. Selbst heutzutage habe ich noch Probleme, wenn Kinder mich sehen. Gerade letztens ist es wieder passiert, dass ein Kind zu ihrer Mutter sagte, guck mal den alten Mann an, ich bin 21. Seinen letzten Job in einem orthodoxen Kloster verlor er, als sein neuer Abt übernahm, welcher ihn für einen Salafisten hielt. Alle Versuche, den Bart im täglichen Leben zu verbergen, scheiterten. Und Fabian verzweifelte umso mehr. Wir haben uns überlegt, ob wir dir helfen können. Und zwar haben wir einen Rasierer besorgt. Damit kannst du dir jetzt den Bart abrasieren. Oh mein Gott, auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. Was ist denn jetzt hier mit der Gitztin? Was hast du denn gemacht? Wieso? Ach du... Schade, dass dieser nun mir nicht helfen konnte. Hier geht's zu anderen, denen ich geholfen werden konnte. Und hier zu meinem Kanal. Immer mehr Menschen trauen sich mit ihren Problemen an die Öffentlichkeit zu gehen. Traust du dich auch? Schade. 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 Schade.